Ah, wieder da, ne? Ja, ich bin gleich hin. Ja. Das ist schlecht. Rückbahn-Quest. Ja, natürlich. Ja, es ist eine Chance. Alter, es gibt's ja nicht! Ach so, ins Lager zurückkehren. Ach so, die Quest-Verfälle. Alter, sowas behindert, wie das ist. Hey, auf. Kommst du denn heraus? Panzer und Gewebe hab ich gekriegt. Immerhin. Alter! Ja, ist ja heute los, ne? Das Fisch. Genau, vor allem, wenn der Zweite immer dazukommt. Es wär ja nicht so schlimm, wenn der Zweite nicht immer wär. Der stört ja immer so viel. Das ist das Problem, eigentlich. Wenn der mal verschwindet, wär's ja auch. Aber dann hättest du wohl. Ja. Zehn Stück. Zehn Stück. Kräutermedizin. Zehn Stück. Fünf Stück. Okay. Okay. Mit der anderen Gehilfe hätte ich 150 Stück. So, dann geh ich da zurück. Die Expedition ist beendet. Ich krieg sie. Wie wunderbar. Ein Raum. Untersuchung. Forschung. Untersuchung. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist super, gell? Ja, für mich sicher, ne? Ja, ganz doll. Ich weiß ja nicht, es ist mehr offen. Der ist so warm. Rathalos Panzer, brauche ich noch einmal? Nein. Schlecht? Nein, nein, das ist... 10 MB. 12 GB, das schaut schon eh aus. Ja, jetzt kommen wir ja hin. Oh, was haben wir da? Ich bin im Arsch. Schorsch. Schorsch ist im Arsch. Das geht, meiner Alarm. Du kannst nicht lenken, was ist denn? Auf weg, Stefan. Hey! Anbauen. Haben wir nichts angebaut? Was ist denn da? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Das hier. Ab, das Bericht. Ja, der locht mich wieder aus. Was ist mit ihm? Das müsste dir einen leichteren Weg geben, ne? Ich muss mal den Charles und den Guide schauen, ne? Hahahaha. Handfingerrüstung. So, ja, ich weiß es nicht, wollen wir es noch einmal probieren, den Scheiss. Vielleicht schaffen wir es ja. Ja. Irgendwo. Ja, probieren wir es. Wenn es jetzt noch einmal rauskommt, kann ich nichts machen. Neue Quest. Aber das ist schon eine Fünferstufe bei mir, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es extra schwer, das. Nein, es ist ja, ich weiß es ja. Aber das ist ein Event. Das Event musst du ja immer erleben, ne? Alle drei, ne? Ein Buckei, giftig, ne? Und ein Rathalos, einer, und einen anderen Kollegen. Den einen hab ich ja noch nicht, ne? Ich kann nur, ich hab bis jetzt nur... Den anderen kann ich sowas auch nicht machen. Ich hab nur den Gift gekauft. Den Güros, Güros müsste ich dreimal legen, Rathalos noch zweimal, und den einen hab ich noch nicht. Ne, das stimmt bei mir auch. Oder? Ah, ah, ah. The last unicorn. Da da. Da da da. So, ich bin schon verdruckt. Boah. Na, das ist Diablo, den wollten wir nicht. Da hat er los. Ja. Ne? Ja. Ja. Wir brauchen den noch ein paar Panzer. Ja, warum ist das nicht? Das haben wir ja geschafft. Ne, ich kann es nicht weiterreden. Ach so, weil der Typ den gefangen hat und nicht Dings, ne? Schau, jetzt ist mein Jägerrang, Sozialarena. Ist er gestiegen? Dein Jägerrang ist noch nicht hoch genug für diese Quest. Da steht ja hinten 5. Was heißt das? Hä? Ich sag, das war jetzt immer der Dings. Sozialarena, ja. Es ist eine andere. Ach so? Ja. Ja, ich bin egal, was da rein getan hat. Okay. Das ist, weil wir ihn gefangen haben wahrscheinlich, weißt du? Da sind die Arena drinnen, nur weil die ist da nicht hoch genug. Scheiße. So, nochmal. Spezialarena, genau. Ja, das wäre einfach, da brauchst du nicht suchen, ne? Ja, nur ich glaube, da drinnen ist halt eine Sache. Ja. Aber du hast wenigstens noch so komische Waffen, ne? Und... Ich weiß nicht, fallen. Ja, schon. Aber mir hat das nicht so taugt. Ich hab's ja auch mal gemacht. Ich gehe in den anderen, den radieren, Alter. Was machst du? Ja, radieren die ganze Zeit, ne? Ja. Ah, strecken. 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 Schauen wir mal, was da passiert. Du bist ja schon, du bist ja schon bereit. Ja, ja, ja. Wie war jetzt beim Abend? Ja. Hast du schon gegessen, was? Wie das mal ja tut, ne? Ich glaube, mit Gutscheine, glaube ich. Ich bin ja auch mit Sam. Du kannst ja Objekte verkaufen, ne? Ja, aber ich bin ja Sammler. Ach so. Ein simple Blitzkapsel, ne? Die Situation damit. Ja, weil wenn wir das erfüllen, dann werde ich nachher... ...die Idee geholt. Ich werde noch die normale Quest weitermann. Die Hauptquest. Ja. Damit wir dann gleichziehen ein bisschen. Ja, ich hab den Magnus Zorro so wie jetzt fertig gemacht, ne? Zum Schluss. Ich glaube, das kommt ja für mich jetzt nachher. Was waren da vorher noch? Wo bist du jetzt? Ja, in deinem verwesenden Tal da. Wo ist den roten? Das rote Fich noch? Oder Raterlos, so wie du heißt. Ah, der Rater. Das komische Stachelfich. Den Pyros hab ich schon gemacht. Genau, den hab ich auch schon gemacht. Ja. Ja. Den Buckei war irgendwas zu machen. Den hab ich auch gemacht. Ja, ich muss jetzt noch einmal mit ihr reden. Mit der von der dritten Flotte. Und dann... Das machen wir mal. Stoffe einstecken. Weil den loge ich auch, oder leg ich auch. Den hab ich auch gemacht. Ja. Ich frage nicht, weil der ist jetzt vom Schiff immer zurückgeflogen. Flügelstücken. Ah, Objektruhe. Also ich hab ihn ja eh, ich hab ihn ja eh schon noch gehalten. So, aber wo ist denn jetzt auch? Nährstoffe da. Ah, tja. So. Wo sind die jetzt auch? Da. Mei, ich mach das ewig vor, als du mit deinem roten Fleisch. Alter, ich leg's immer ab. So dass ich deinen Grillspieß nimm. Naja, das ist noch deine komische Pause. Und dann geht's nochmal ding ding. Und dann musst du ihn abnehmen, oder? Ja, ja, ja. So er mitgekriegt. Und ich glaub bei diesem Schwein lassen, oder? Dass das Rufzeichen kommt. Wo wird jetzt alles gefressen, was ich brauche? Ja, schaut aus. Ich bin ready. Ja, ich bin schon. Ich hab ihn schon markiert. Ich seh ihn nicht. Warten. Ich schon. Da kann ich die angucken. Ja, das ist halt erst. Aber da. Schuppe ich hab ihn gefunden. Was wird toll? Okay, die Schuppe für mich. Das ist ja traurig. Ist der andere? Ich muss ja in die andere Richtung. So. Gönn wir. Ist der andere mal auf der ganz anderen Seite, weißt? Der war nicht lang. Was ist denn jetzt? Der ist schon ruhig. Achso. Der hat ruhig ein Messer. Er steht nicht da da unten. Schau. Da rennt er schon. Er tut schon wieder jagen. Ne? Er hat was. Er kann nicht gut fliegen, wenn er was gefressen hat. Bling bling bling. Was ist denn da? Komm schon. So. So. Er hat die Gauschen. Eine Hände. Er schreit schon. Da. Da. Wo sie ist denn da unten. Und die brennt schon wieder. Juhu. Ich guck das hier feiert. Juhu. Komm bald. So. Zurück. Ich muss ja schnell hin. Das hast du ja gedacht. Ja. Er spuckt mich schon wieder an. Ich bring. Aber ich spring. Eie. So. Haben wir ihn erwischt? Ja. Schön. Jawohl. Schön. Da wird keiner sein Schwanzerl verlieren heute. Ja. Die auch noch viel ich auch noch dazu. Ja. Alles anbogen. Das ist ja wohl. Ich mach hier den kleinen Team. Äh. Section. Okay. So. Alter. Bisher drehst du dir nicht einfach ins Seil? Ja. Er schlagt niemand gegen ihn. Ja. 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 Der gibt mir vor die Lade rein. Muss geschlüsseln sein. Oh. Lauf. Komm mit. Nimm ein Snick. Super. Scheiße. Ja. 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 Das ist ja. Na wohl die Partie. Ja. Die. Ich komm gleich. Ja ja. Was ist jetzt heut? Scheiße. Ich hab da schon wieder eine Action mit beide. Ja. Das ist sehr gut. Ja. 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 So geht's mir. Ja. 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 Wie weiß ich schon. Ist ja gut. Ja. Besser. Es geht wieder so los wie vorher. Geh weg von mir. Ich mach dich nicht. Du ekelhaftes Schwein, du. Wo ist denn der andere jetzt? Ich hab keine Ahnung, ich weiß jetzt mal welcher Pfeil ich mir bin. So fertig bin ich. Einer bitte renn einfach. Wir haben jetzt keine Zeit für die Erholung, Alter. Ausdauer ist vorbei, hinter dir fliegt ein riesiger Trocken und er kann nicht mehr laufen. Welcher normale Mail ist das? Nein, passiert nicht. Ich geh mal weizen. Ich hab schnell weizen. Oh, der Kumpo jetzt schon wieder hat er keine Hopp. Oder lass mich in Ruhe. Merk jetzt weizen, stopp. Na, voll schrecklich. Bleib stehen. Das kann nur weizen, so nervig wie du siehst. Das ist unglaublich. Bester Teufel. Eben. Eben. So. Weiter. Gib ihm. Gib ihm Schein. Wenn man dich her kann man was anzeigen will, willst du wohin? Du bist da falsch, du musst auf. Ich hab nicht mehr zu tanken, das sagen wir nicht. Jetzt doch. Das ist was passiert. Korrekt. Ja, ich hab ja flüchten müssen zuerst. Ja, ich hab ja flüchten müssen zuerst. Ja. Ja, ich hab ja flüchten müssen zuerst. Ja. Ja. Davon. Wer für jüngling sind. Die waren super. Ja brin Un correchon, ey. Der Schwanz ist ab. T'sot. Nur komisch halt. Ich bin ja schön vernünft. Hallo... Philipp. Heuwe... Hatte es? Flügel hinein und dann geht's ja. Kommt fein. Du musst kein Kopfschmerzen. Jetzt hab ich den Hebert bei dir aufgebaut da bitte. So komm schon, ich hab den Katapult. Ich hab keine Ahnung. Schöne Sache. Er schläft das schon so. Uff, der Robi macht das mal so drüber. Was ist denn mit dir, man? Oh Gott, da ist dein Ding so. Ja, er hat halt. Ne, das ist auch so Kanonen oder... Ne, so was anderes. Wie geil ist er, oder? Ja, das ist der Katz, der. Der Kotze kommt nämlich drauf, oder? Jetzt ist er mitgeschaut, wird er jetzt auch weiterschießen. Schöne. Jetzt fahrt er mit dem Wagen spazieren. Scheiße, ich schau kurz auf die Kotze. Ich muss mich heilen. Jetzt kommt der andere schon wieder, Alter. Jetzt kommt der andere schon wieder, Alter. Jetzt kommt der andere schon wieder, Alter. Aber ja, Alter. Ich spüle vor dir aber. Jetzt kommt der andere schon wieder. Ja, jetzt geht mir wieder der zweite an, Alter. Der kommt immer. Wie so weit weg? Komm mit! Komm rein! Du musst wetzen. Das sei Blut! Sälelohn! Ja! Und wieder zum... Ja natürlich! Aber immerhin habe ich es rausgekriegt, Alter. Ich bin wieder voll geschärft. Ich muss flühen, weil ich habe ein Problem. Aber die Krante gehst hinter mir. Ja, ja, auch einmal wieder zum Brennen. Ah, hier, 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 hier. Hoppa. Da kann ich jetzt wieder essen. Geh weg von mir! Hm, was soll die Scheiße? Das wird nix, ha? Das ist ein Gerät. Jetzt kommen wir nicht weg, weil der bleiber Schwanz da liegt. Ah, nein, nein, nein. Schön. Wie kommst du heute zu dir, oder? Da kommt schon wieder hinter mir. Wenn wir einfach nur mal die Käfer anzeigen würden, wohin. Ja. Ja, enten. So auf. Mit irgendeinem Viecherzeug entdeckt. Ich glaube, Tobi. Glaubst du? Ja, das iflige Tuch, aber. Ja, das iflige Tuch. Ja, wohin springt er nicht mehr? Ja. Können wir die Käfer nicht einfach den depperten Weg jetzt anzeigen? Oder ich weiß es ja auch nicht. Die sagen immer da auf, dann gehe ich da auf und dann ist nix. Ja. Ja, jetzt geht es weiter. Hä? Wohin jetzt? Wieder runter, oder was? Ja. 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 Uff. Ja, und unten ist aber auch nichts. Was ist denn da runter? Muss ich tauchen? Was ist denn da jetzt wieder los? Hä? Hallo, Käfer. Käfer? Käfer? Wo ist denn der jetzt? Ganz in der Zeit. Scheiße, der Tobi ist bei mir. Ist er da oben bei dem Dings? So ein Lager. Ha. 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 Na weg. Da oben kommt. Der muss ja da sein, irgendwo. Ja, warte. Ich geh gleich hin da. Das ist beim Lager, ja? Ja. Hä? Ja, der muss ja oberhalb sein oder unterhalb sein. Jetzt zeigt er wieder da unten. Ich check's grad nicht. Ah, der Ranken hoch da, oder? Wo bist denn? Ach, da komm ich wieder ins Lager. Äh, jetzt hält ab. Ja, Alter, was ist mit... Das ist so ein Dreck. Na, seien wir nicht böse. Das ist ja voll begeschissen. Alter, jetzt werden wir schon 20 Minuten dort, glaub ich. Ja. Ja. Jawohl, isse ich jetzt nix. Wir können Käfer. Jawohl, da wieder zurück, wo ich hergekommen bin. Ja. Was ist denn das für Ranke da? Ja. Was ist denn das für Ranke da? Ja. Alter. Ich bin durchgeflogen. Und so schnell laufen? Ja, jetzt käme ich gar nix mehr aus. Der ist ja gar nicht mehr da. Der ist ja da hinten links. Der ist ja da hinten links. Der ist ja da hinten links. Ja, ich weiss schon. Ich seh schon. Ich bin schon da. Ich seh ihn schon. Ja, es zahlt mir das mit umgebaut. Ah, er fliegt grad wieder weg. Wo ist denn? Er ist weg. So. Ah, er fliegt grad wieder. Bis da komm ich nicht durch, hab ich... Das ist ja... Eiiiiei. Ei, ei, ei. Er ist da schon... Das ist eine Lauf erreicht. Ja, nein. Vor allem immer das gleich wieder flüchten und dann... Das, das, das. Bleib keine zwei Minuten. Du schaust, wie sollst du da reingekommen? Bis du mal triffst nicht, da sind wir mal ruhig geordert oder irgendwas. Ne. Sagst du dann dreifahren und dann kriegst du gleich wieder Zeine. Als wenn die Käfer mir einmal ansagen würden, den richtigen Weg. Ne. Am Schlafen oder? Jetzt hält der wieder ab. Ja, ja, komm dir wieder zu dir um, ich bin ja wieder am Arsch der Welt, ne, anscheinend. Ich fliege genau über dir jetzt. Ja, super. Ja, wenn wir die Käfer, weil ich so, sie sind ja fast. Da rauf. Oder? Dann geh ich halt einmal da rauf. Dann stupse ich ihn einmal an, vielleicht passt es dann. Vielleicht ist es dann leicht. Ja, ich weiß nicht. Sonst geht das nur gleich. Ja, hab ich geschossen. Da ist er. Ja. 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 Ja, ich weiß nicht. Ja, ich hab ja geschossen wieder. Ja, aber hau dann hin, Alter! Er steht hinter dir. Ja, hau dann weiss ich das. Jetzt hätte ich nicht auf den Rollen rufen, ne? Nein, schlag nicht! Was heißt das? Was? Die Irm? Ja, das ist... Nein, für dich. Kann doch die Ausrüstung sein und so. Ich würde auch nicht schwimmen. Oh weh. Ich hab ihn erwischt. Jetzt haben wir gekippt. Was ist denn jetzt? Ist da der Anja dabei? Oder? Ich hab mein Fies. Ja, ich wollte hier wegwohnen. Aber wenn ich nicht sehe und nicht weiß, wohin ist, dann ist ich schwer. Weil die Kamera natürlich wieder super mitarbeitet. Warte. Warte. Wirklich, die Sauna hat mich gerade blitzt. Ich hab ihn nicht gestört diesmal. Das ist komisch. Oh weh, der hat mir jetzt alles so aufgehört. Ich bin fertig. Der hat mir wieder eingeschränkt, jetzt ordentlich. primer. Rauhr. Einen Ding. Perfektément. Okay. Ma problyak, presseleut. Halt doch Ovi. Ja, er haut wieder ab. Ja. Aber er hat Gericht wieder. Sonst würde er das eh nicht machen. Aber er fliegt nicht weit weg. Krampf als Kampf. Ja. Er ist nicht weit weg. Ich glaube, jetzt hat er sich wieder umgelegt. Ja. Oder nein, er ist nicht mehr auf. Wo fliegt er denn herum? So. Ach, weil der Dobi ist da bei mir. Ja, er ist ja der Andrasch wie er da. Komm schon. Komm schon. Da ist ja jetzt. Komm schon. Ja. Oh, komm schon. Das ist ja. 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 Geht es wieder einmal! Ja genau! Dreckig! Ah flüchtet wieder! Super! Ja immerhin! Und was? Jetzt kommt der andere, Alter pass auf! Tobi, wo sie fahren muss! Er schreit schon! Ja! Er rennt genau gut rein, wo er ausspringt! Das soll nicht schmecken! Gut, da darf ich! Die Käfer zeigen mir alles an, aber nur nicht da oben! Ich gehe jetzt da durch! Okay! Ich gehe da oben! Okay! Alter! Der Horror! Oh ja! Fest! Das ist schon beruhigt! Das sucht mich noch immer! Da fliegt er! Okay, dann fliege ich da Richtung Dorf von mir! Aber kann ich ihn nicht, weil ich nur ein Dings nicht! Markiert bin von dem! Ja, das ist immer schön! Wohl kein Viech mehr da ist! Eine Vital Lesbe ist da! Das ist... Ich hoffe, der liegt länger! Ja, ich denke! Der zweite fliegt jetzt wieder bei ihm herum! Also... Ah, ey! Der Wahnsinn! Ich gehe da auf! Ich gehe da auf! Ja, Käferlein! Vorher aus! Nein, nicht hinter mir! Ja, vorher aus! Kräuter hätte ich... Keine Ahnung! Warum picken die immer zusammen? Ich weiß nicht, ich vertragen sie ja nicht! Oder wie... Beide immer! Aber... Ich weiß nicht, warum das sein muss! Da fangen sie wieder zu streiten an! Ja! Ich verstehe es auch nicht! Weil das ist ein bisschen ungut! Ich mache es halt schwer! Ich muss auf beide aufpassen! Das ist das Problem! Ah, du! Das dauert! Bis du da oben bist, sind die schon wieder fuhrt! Ja, ja, ja! Die kämpfen aber! Aber jetzt kommt er wieder zu mir, weil er mich entdeckt hat! Mich hat er ja ganz gern! Ja! Aber ich gehe weg, weil der andere gibt ihn! Ja, genau! Beißen rein, Alter! Er mag dich nicht! Er hat dich betrogen! Ja! Mit der Anja! Nein! Was tust du denn bei mir, Alter? Ich hab dich nichts getan! Ich mag dich! Ich bin jetzt schon! Ja! Der hat den Arsch rein gebissen! Ja! Haben wir? Oh! Oh! Oh weh! Wir spülen es gleich! Ja! Wir werden ja runter! Die gehen ja runter! Gehen wir runter! Das ist ja nicht verrückt! Ja! Das ist ja nicht verrückt! Du bist ja mit dem Knack aufgekommen! Ja! Was ist jetzt? Jetzt ist mir vorher passiert! Jetzt hänge ich doch mit der Liane! Ja! Ich bin wieder erwischt! Einfach draußen! Ja! 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 Du bist, du bist einesexperche! Du bist eine altrufe! Ja, ich komme jetzt mal heims aus der Pfeihaus' Ich, ich aine! Figg dich! Dummes Schwein! Du dummes Sau! Ehrlich! Ich husse! Ja! Mal immer der zweite Pisser daneben ist. Alter! Und jetzt ist das wieder vorbei. Ja! Also Alter! Alter. Geht der mir auf die Eier. Ja, was willst du machen? Kannst dich nur aufregen. Nein, wenn der zweite Scheiß da nicht immer nehm wär, wär's auch... Ich kann tausend Sachen ausweichen, Alter. Ja, was tun ich im Lager? Wieso geh ich nicht? Geht's ruhig aus? Ja, ich bin ja im Lager. So ein Scheiß. Du hast keine Chance, ne? Nein, wenn sie zu zweit nehm aneinander haben, weil sie gehen ja beide auf einem Läufer. Sie hören ja nicht aus. Da ist alles gescheißen, wenn du im Feier bist eh schon ne, und dann wie es eine Dame ist aneinander, ich mein... Ja, ich bin jetzt einmal aus dem Feier rausgekommen und alles ne, weil der zweite spuckt ja noch sein Feier. Ja, das war ja bei mir so. Die haben wir uns beide gegeben, ne? Richtig. Schön. Jetzt stellen wir ihn wieder da, ne? Ja, wieder. Ob er die Trash kriegt, ne? Wie wunderbar. Aber ich hab wieder ein Material, wenn ich es nicht kriege. Was denn, ein Schuppen? Ein Panzer sogar, glaube ich. Den brauchen wir, wenn man nicht alles täuscht. Tatsächschen. Ich kann in Höhen machen jetzt nicht. Ich brauche noch eine Nummer. Bande und noch ein paar Dreipatzer. Lacht. Hähähähäh. Naja, die ganzen Untersuchungen da, weiß ich auch nix. Die Jager, die Jager. Immerhin. Nein, das kann es ja nicht sein, das war ja nicht so schwer damals, wie ich den gemacht hab, das kann nicht sein. Nein, es ist einfach nur, weil der Zweite immer kommt. Ich weiß einfach, warum der im Auftauch, wenn der nicht kommt, ist es ja nicht so. Am Anfang war ich das Klaas nicht, da hab ich gleich Ding genommen, ich geh immer richtig noch, wo das Schwanz schon fährt, nein? Ja, bei mir, ja, ich hab ihn auch immer so gemacht. Und jetzt kommt immer der Zweite dazu und der ist sonst vielleicht einmal gekommen und das hofft. Jetzt taucht er die ganze Zeit auf. Da muss ich mal schauen wegen Rüstung oder so, da muss ich vielleicht aufbutschen. Da muss ich ein bisschen Klang gehabt. Jetzt hab ich Vierer Rüstkugeln, aber keine Dreier. Ich hab die Dings, die kriegt ihr nicht durch die Bomus, Dings, Dreißig, Fünfer, oder wie die heißen, Fünferkugeln, oder Sechser sind das? Da muss ich mal schauen. Da war irgendwas. Bessern. Vierer Rüstkugeln. Ja, Vierer Rüstkugeln. Ja, dreißig Stück, dass ihr mal kriegt. Ja, dreißig Kugeln. Ja, das war das Dings, äh, Bonus-Ding da. Das kann ja jetzt sein. Ich brauch Feuerresistenz. Ich muss das nicht aufbauen. Ja, das kann ja so sein. Ja, das kann ja jetzt sein. Das kann ja so sein. Ja, das kann ja so sein. Ja, das kann ja so sein. Ja, meinst ich habe nichts da, ne? Ok Häh? Alex, passt hier Ah wieso jetzt kein Ding, ich habe ja uns gehabt wo ist denn den anderen euer Angriff, euer Widerstand muss ich wieder upgraden, weiss ich nicht wie viel, und das geht doch nicht, ich bin jetzt 6700 ach 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 tja, es hilft ja nix, ich werde dann eh wieder Schluss machen ja vielleicht passts bald wieder ja, Material habe ich nur, ne ja, es wird halt nur mit dem Geld ein Knob, auch bei mir, ne ja, upgrade dieses Fleece Garden ja, leider ja, du, es passt vielleicht bist du neu online mit dem Heli oder was, gell ja, schauen wir mal na gut, ich melde mich dann bei dir, wenn es wieder passt ja, ok ok, passt tschüss auf Widerschauen, bis zum nächsten Mal bye bye